Das ist meine erste Runde im DTM. Es gibt viele Kompetenzen. 24 Fahrer in nur 1 Sekunde. Das ist verrückt. Jeder ist so schnell. Das dann einfach live in Action zu sehen, ist natürlich viel, viel emotionaler als zu Hause vorm Bildschirm. Es war ein krasser Tag, hat richtig viel Spaß gemacht. Freiminarisch mal live dabei zu sein, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, was für ein Arbeitsaufwand dahinter steckt, ist eine Mordserfahrung, da ich selber schon lange im Motorsport tätig bin, aber das ist schon Perfektion pur, sage ich. Boxengassenführung, nah an den Autos sein, von der Loge kann man auf die Boxengasse schauen. Sehr, sehr familiär, sehr actiongeladen. Das, was man erwartet, wenn man hierher kommt. Ich bin immer wieder stolz und glücklich, wenn ich so viele Leute sehe in unserer Lounge, auch in der Box und an der Startaufstellung. Es sind alle gekleidet, die leben das. Toll zu sehen, dass die Marke angenommen wird. Wir sind natürlich nach dem Sieg in Spa hier angereist mit dem Ziel zu gewinnen und vielleicht noch ein Bündnis. Wörtchen, um die Tabellenführung mitzusprechen. Qualifahren war sehr schwierig für uns. Wir haben nicht ganz die Pace gefunden, die wir wollten. Somit war das Quali sehr durchwachsen und wir mussten leider im hinteren zweiten Drittel starten. Und dann hat er einen Unfall zu dem er nichts zukonnte, sprich wir waren sehr früh raus aus dem Rennen. Lorenz hatte einen sehr guten Start für seine Ausgangsposition. Allerdings hatte er auch irgendwann durch Unfälle ein so stark beschädigtes Fahrzeug, dass wir das Rennen nicht mehr fortsetzen konnten. Und somit leider beide Autos aus dem Rennen zurückziehen mussten. Wenn wir uns umschauen, es regnet. Das heißt, es sind genau unsere Bedingungen. Wir kennen den Red Bull Ring, wir kennen den Regen. Eine 20-Minute Qualifizierung für DTM. Ja, es war sehr schwieriger. Es war zu viel Regen auf der Straße und wir konnten wirklich keine Rennen machen ohne zu viel Rennen. Wir enden auf die P17, das ist nicht optimal. Das Auto hat sich nicht gut angefühlt. Ich hatte auch einen Traum, aber keine einzige Runde. Er hat eine gelbe Flagge, dann war es rot, dann war es nochmal rot und dann war es vorbei. Und wir haben uns auf den B20 gesetzt. Wir hatten ein guter Start. Es gab einige Momente, es gab ein paar Kontakte und es war schwerer Rennen. Wir kommen unter 5 hier von der Belgian-Driver, Laurence Van Tour. Die Porsche geht absolut side-by-side. Wir sind lang gefahren, deswegen sind wir ruhig angefahren und haben uns Stück pro Stück eigentlich nach vorne gearbeitet. Wir sind ziemlich schnell, als wir unseren Pitstopp gemacht haben und wieder rausgegangen sind. Und dann können wir nach vorne gehen. Wenn ich auf B8 und B9 war, wurde ich getroffen. Ich habe wieder viele Platz verloren, also leider ist es wieder nicht gelaufen. Aber wir haben noch einen Rennen am Wochenende, um zu suchen und etwas rauszuholen. Wir haben einen Moment nach dem Pitstopp gewonnen. Aber einige Fahrzeuge optierten für Slick, das war ziemlich gut am Ende. Und wir haben die Position verloren und haben den P10 gebrochen. Ich werde auch wieder aufsetzen können. Ich denke, das ganze Team wird auch. Und wir hoffen, dass wir einen guten Schuss haben und ein gutes Ergebnis in Hockenheim haben. Wir werden dann nochmal voll angreifen, um einen persönlichen und auch tollen Saisonabschluss für das ganze Team an den Start zu bringen.